Glück gehabt, wir können ja auch nicht so viel, deswegen spielen wir immer das Gleiche. Und ja, unsere Proben sind lustig, da reden immer alle durcheinander und wir versuchen uns zu einigen, was wir so spielen wollen. Und irgendwann fangen immer alle einfach an, durcheinander zu spielen. Aber so sind wir, denn wir sind nun mal auch anders als die anderen. Na gut, wir verbringen hier viel Zeit miteinander, deswegen denke ich, wir sollten uns besser kennenlernen. Und ich stelle euch mal ein bisschen die Band vor. Da haben wir am Altsaxofon, unsere erste Vorsitzende ist Anja. Und wir haben noch mehr, nämlich an der Trompete Lady Clementi, unsere zweite Vorsitzende. An einem wunderschönen Instrument in der Mitte haben wir Stefan am Tenorsaxofon. Und dann komme ich mal zu unseren Beat Machines. Da haben wir an der Frauke, ihr habt sie kennengelernt, Gaia. Denn ohne gute Percussion geht gar nichts. Und wir haben auch heute Matt dabei. Und Kirsten hat uns, glaube ich, letztes Jahr auf dem Straßenfest hier das erste Mal gesehen. Und jetzt spielt sie schon so viel mit. Und das freut uns super. Kirsten an den Percussion. Am Altsax und an der Moderation, unsere zauberhafte Lady Luna. Give me a hand. Danke dir. Aber wir sind ja noch langs nicht am Ende. Wir sind ja sehr gewachsen. Haben mal zu dritt angefangen. An dem Instrument, das sich anhört wie eine Elefantenblockflöte, haben wir Fluidia Gender. Es ist das Susafon. Und heute dabei, unsere Fahnen-SchwenkerInnen, Hildegard. Vielen Dank, dass du uns unterstützt. Und natürlich nicht zu vergessen, ohne Andrea, unsere gute Seele geht mittlerweile auch nichts mehr. Schön, dass du dabei bist. Und natürlich nicht zu vergessen, dass du dabei bist. Und Luna, ich glaube, unsere Zeit ist schon fast um. Aber, das ist ja eigentlich dein Patch. Was möchtest du sagen? Das war ein tolles Mal.